Ja, hier haben wir Ava, eine Hündin kastriert aus dem Tierheim, mittelgroß, aber ein Kraftpaket sondergleichen. Die ist einfach noch ziemlich unerzogen, zieht an der Leine, aber das liegt halt auch einfach daran, dass sie wenig Auslauf haben und wenig, ich sag mal, Menschenkontakt oder spazieren gehen können. Die braucht jemanden, der sie auspowert, der sie beschäftigt, geistig, unkörperlich und dann wird sie ein total glücklicher, ausgeglichener Hund. Jetzt waren wir spazieren, man sieht es auch, dann wird sie auch gleich ruhiger und ist auch verschmust und ein richtiger Clown. Mit der kann man richtig viel Spaß haben, bietet viel an und wenn man das zu nehmen weiß, hat man einen ganz, ganz tollen Hund zu Hause, der einem viel Freude macht, noch einige Jahre sicherlich.